UNIT VAMILIA SIMULATION Das Müll aufsammeln. Alter, wie geil ist das Spiel. Ja, wir besitzen hier so ein Kreisroboter-Teil. Und ich muss sagen, das ist eines der spannendsten Spiele, die ich je erlebt habe. Ja, wir kommen zu irgendeinem Simulator 2013. Ich muss das einfach. Schubiduba-Bubidu. Ja, so sieht's aus. Mann, dieses Spiel ist so geil. Ja, jetzt gehen wir hier in die Küche. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam bam, bam, bam. Alter, wie geil ist dieses Spiel, ey. Ja, ich schalte das über aus. Ja, passen wir nicht durch. Cool, der kann auch rückwärts gehen. Wow. Alter, dieses Spiel ist einfach so geil. Jetzt nehmen wir hier den rückwärtsgang. Wow. Wow, wie episch. Jetzt kommt hier eine 360-Grad-Wendung. Mit schlechten Wetten. Was soll denn das darstellen? Ein Kühlschrank? Ja, okay. Ein Kühlschrank. Oh, Alter. Das ist einfach so geil, das Spiel. Das ist einfach so sinnlos. Baby, 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 Baby. Vor allem die Musik dabei, ey. Ich versuche mal, so ein bisschen von der Seite hinzusetzen. Mal gucken, wann das Spiel verschwindet. Sammel das wieder auf. Ja, okay. Jetzt hat es gezählt. Damit hat man die Küche auch schon geschafft. Wow, wie sich so ein Roboter anfühlen muss, ey. Könnt ihr euch da vorstellen, sich so Roboter zu sein? Man wird mit den Füßen bedrehen. Ja, okay. Ja. Ja. Was für ein geiles Spiel, ey. Zeit für deutsche Post. Alter, ich liebe dieses Spiel, irgendwie. Und hier ist nochmal hier der Eiffelturm. Vor allem was schön, was alles eine Farbe hat. Eher Respekt. Die Kreativität dieses Machers ist schon sehr hoch. Ja. Ich kann nur singen. Ich muss einfach nur singen. Das schlechteste Spiel des Jahres ist dieser Simulator. Die Toilette sieht aus wie eine Tasse aus Metall. Die Toilette sieht voll komisch aus. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Das ist der letzte? Nein. Das ist der letzte? Das ist der letzte? Jetzt! Okay, mein Kautsch, ich wende. Wir gucken. Hammer, geil! Alter! Dieses Spiel ist einfach so geil. Bam, 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 bam! Das ist der letzte Stopp-Körner. Als Staub Was ist denn das da oben für ein Hase? Söndlich Na, was sieht aus wie ein Lanny oder so? Alter, diese Staubkörner sehen aus wie so eine DNA-Bruppe Alter, dieses Spiel ist einfach so geil Ich empfehle es euch Das ist doch ein Kornteil Äh, Staub Ja, los Wir haben gewonnen Wow, Alter Wow, Alter FIRE TUBE FIRE TUBE FIRE TUBE BAM 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 Da 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 FIRE TUBE FLAIN Schakebona Ja Bambam 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 Abonnieren Liken Favorisieren Abonnieren Favorisieren Like natürlich Kommentieren Ihr stellt es wahrscheinlich zu MP3 zu Download Bambam 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 La 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 Zeigst du die deutsche Post Thanks for playing Bambam 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 Fired you Bambam 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 From now on to the next project direkt.